Seine schauspielerische Vielfältigkeit macht seine Qualität aus. Der Typ, den er gespielt hat, dem hat er auch immer eine besondere Sprache gegeben. Taxi Driver ist schon ein Ding für sich. Raging Bull war so einer, wie hieß der hier, in Deutschland, die durch die Hölle gehen, das Vietnam-Ding von Chimino. Also es gibt eine ganze Reihe, die grandios sind. Ich habe auch manche kleine Filme gemocht, so wie New York, New York. Ist egal, also kommt schon eine ganze Reihe zusammen.